Ah! Also da geht's schon wohl zum Boss Doch! Können wir doch! Achso, wir hatten nur nicht... Ah, keinen Platz gehabt. Okay, ja. Nächste! Hey, was das denn? Ah! 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 Ah, ich habe mindgefreeze. Ne, macht er vorhin den Slam dann auch so. Oh, nice. Ja. Aber das Multiplayer muss ich noch finden. Damit man das auch noch mal da betrachten kann. Hm. 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 Ich habe den meisten Gegner getötet in Multiplayer. Und so ein Zeug. Muss ich noch mal finden. Wie man das überhaupt machen kann. Also mit Multiplayer. Ich bin gleich wieder da denn. Mensch. Kollege. Morm chap, Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 So. So. Dann mal schauen, wo wir das mit dem Multiplayer hier finden. Oh. Genau mein Ding. Speed Up. Ich liebe ja so Speed Up Dinger, ne? Alles, was mit Speed zu tun hat, ist schon echt nice. Hm. Cleare Multiplayer zum Freischalten. Ist das das Multiplayer hier oder wat? Wo clearen wir das denn mit dem Multiplayer hier? Müssen wir noch weiter kommen? Weil man hat jetzt noch keine Info dazu bekommen, wann man den Multiplayer freischaltet. Da kam noch keine irgendwie Information so wirklich. Ah, bitte. Muss wieder HP recovern. Und dann muss man warten, bis man wieder seine HP wieder recovern kann. Ganz. Also du hast dann irgendwie so eine bestimmte Anzahl. Die lädt sich dann immer jede halbe Stunde so gesehen auf oder so. Also jetzt sieht man da so eine Anzeige da oben. Das ist das, wo ihr dann immer halt die HP recovert. Und das muss ich dementsprechend halt aufladen, ne? So. Wenn ich jetzt so danach gehen könnte, könnte ich ja auch, äh, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo man die Multiplayer und wo man die Unlucket bekommt. Ich bin nur drauf, dass wir dann Multiplayer freischalten müssen. Aber ja, wann, ne? Oh ja, sie sieht ein bisschen schneller aus. Speed up. Ja. Und auch... Well, nichikes! gob Raisch hat es. Ja? Ja? Lasst uns ihm rushe stora. Drum Ach tau mü? Ahер. Jaa! Jaa! Hm. Hm. Oof. Waaah So Oh, jetzt gibt es hier mehrere Wege, drei Wege. Ah, okay. Ich bin jetzt mal da unten. Mann, ich spiele diese Bobbenviecher. Wie der da hängt. Ich bin einfach mal so gechillt. Ah, das hasse ich, wenn die das machen. Das ist echt der mieseste Move. Oh. Da hat jemand wohl gebufft. Oh. Oh. Das war's für heute. Da ist doch noch irgendwas, oder? Ich dachte hier wäre vielleicht eine Blutbox oder so Dann kommen wir nach oben Dann kommen wir nach oben Oh, der kann man nicht blocken, wenn man währenddessen in einem Move ist Wir machen da irgendwas Oh 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 Okay. Noch mehr Gegner. Untertitelung des ZDF. Oh nö, nicht schon wieder das Ding Noch mehr Gegner Eh, geh weg mit Laser oh nein Nein, 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 oh. Ich hab keine Bilión. Nein, 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 aufer. KUCKLE? So, diese Keepkordной mit einem N sekundler benötigen P drüben. Ah, da ist er ja Great Master It's on you Das ist der Tornado des Untergangs Wow Okay, okay Ach so, der kann auch Ah Oh 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 Und abgedreht, ey. Nein, jetzt kommen solche Laser-Dinge auch noch. Oh Mann, ich wusste doch, dass da irgendwas kommen würde. Ich muss hier meine Safe-Zoom finden. Ey, schreck mich doch nicht so, was geht ab mit dir? Ja hier, kann man die paralysieren? K.O. Der Exorzismus wurde besiegt. Ja, also, das ist schon so eine Art Necromant halt, ne? Ja hier, das ist schon so eine Art Necromant. Ich habe sogar noch bessere Deckers bekommen. Wenn das so einfach wäre. Wenn das so einfach wäre, Jo, müsste ich mich gar nicht lange gegen die befassen. so. Ah, 20 muss man sein. Ja, Pläne schon, ja. Ja, Pläne schon, ja. So, das hätten wir abgeschlossen. Mal. Ja. 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 eben ein paar sachen die kann man gut verkaufen hier ex-speeds Boah. Schon echt krass, die Sachen hier. Wow. 39. Das ist auch 32. Muss man schon ne Menge Credits haben. 40. 40. 40. 40. 40. 41. 41. 42. 42. 43. 41. 42. 42. 42. 43. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Dann haben wir die nächsten. Untertitelung im Auftrag des ZDF, Untertitelung im Auftrag des ZDF, Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Das war's für heute. 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 Krokodile. Krokodiles. Krokodile. Ja, dann denk ich mir auch, dass er so weit geht. Durchaus. Bist du ja schon so weit? Ja, aber ich hab noch nicht den Multiplayer freigeschaltet. Ich weiß nicht, wie man den freischaltet. Da steht, dass man erstmal was clearen muss, damit man ihn irgendwie da frei hat. Ach, keine Ahnung. Aber ich weiß. Ich finde das hier mit dem Multiplayer nicht. Weil da gibt's halt so Aufgaben, dass man auf dem Multiplayer irgendwie abschließen muss und so ein Zeug. Also so Spezialaufgaben. Ah. Da müssen wir was zerstören. Ach, guck mal. Wir rutschen auch ein bisschen rum hier. Guck mal. Guck mal hier. Juhu. Darum rutsch ich hier. Ah, ok. Du wirst du schon zerstören. Ah. De庶 fort mehr so gut! Ja. Äh! 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 Hm! Ah man Der zirft da voll hin mit dem Eis 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 Oh 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 Blut Blut Nice. Clean multiplayer to unlock. Ah, hier, warte. Ah. Hier. Oh. được. 晾lers. Ah. Uh. Oh. Max-Level Ah, guck mal, da kann man die andere Region schon haben Da geht die Superboss Ja, guck mal, da kann man die Region schon haben Ja, guck mal, da kann man die Region schon haben Okay Wir müssen die Käpt'ns besiegen Oh ne, ich hab was vergessen, ey Ich hab was vergessen, jo Meine HP nicht recovered Und danach ist es bestimmt warten, ne Man kann ja nicht mit Low-HP da irgendwo reingehen Dann muss man ja irgendwie warten oder so Weil sonst kommt wieder sowas an wie Ähm, ja hier Ähm Manchmal irgendwas dafür bezahlen muss oder sowas Und dann Ja 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 geil, wie die sich unsichtbar machen So Inyozu Teleportation Piuu Ja 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 Das war's für heute. Oh, dieser Move finde ich echt affig bei den Bombenp hier, die da hingehen und explodieren und so, schon echt böse. Boah, ich geh weg damit. Aber jetzt gibt's wieder drei Wege. Hier noch viel lernen wollen. Oh, ich schieße. Hm. Ah, da haben wir den ersten. Ersten Käpt'n. Oh, ich schieße. Oh, ich schieße. Oh, ich schieße. Oh, ich schieße. Und ich schieße. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Wow. Wow. Feuerbomben. Oh. Okay. Ja, das fand ich so klug. Okay, hier ist nichts. Okay, jetzt müssen wir noch den letzten Cap finden. Okay. 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 Bis zum nächsten Mal. Ahhhhhhhhhh Jawoll Yay, alles mitnehmen hier Alles mitnehmen Oh, ist das gleiche Oh, ist das gleiche